Du müsst jetzt gleich in Netherrack reinkommen. Ach ja, wir haben keine Energie. Ähm. Wir haben immer noch keine Energie. Okay, das funktioniert noch nicht so ganz. Ähm. Ich mache aber schon mal den... Ich stelle den Netherrack mal hier hin. Da ist ja meine Item Conduits. Entschuldigung, ich zieh schon wieder Nase mit, was man nicht tun sollte. Du brauchst eine neue Frequenz. Ähm. Wie nennen wir die denn dir? Netherrack. Edge Frequency. Ach so. Das ist die 3. Genau, das ist Item Mode Send Only. Das ist Blocked. Du bist... Always Active. Always Active. Jo. Da sind alle zwei hier drin. Äh. Ich muss zum Tor. Aber... Das kann sein, dass ich... Also, dass ich noch Energy Conduits brauche dafür. Jetzt gehe ich am ersten Mal runter in die Höhle. Ich stelle diesen Tesseract da hin. Netherrack. Receive Only. Ah, das funktioniert. Okay, wunderbar. Ähm. Jetzt gehe ich runter zu meinem Reaktor. In der Hoffnung, der macht noch was. Sollen wir weiter, dass meine Turbine noch gehen. Jo, die laufen beide noch. Alles klar. Aber die werden wahrscheinlich nicht so viel Energie produzieren, wie ich brauche. Ja, der ist leer, siehste. Ach halt. Da wird auch ein bisschen Energie drin sein, ne? Ah, der ist voll. Bist du eigentlich mal... Nein. Okay. Wir zwacken mal den Tesser... Tesseract. Aber... wirst du jetzt noch mal ab. Ähm. Nein. Energieturbine links. Nein. Der müsste jetzt Energie senden. Jo, der müsste jetzt Energie senden. Mein Ding da unten arbeitet auch immer noch, oder? Ja, der arbeitet auch immer noch. Ja, wunderbar. Okay. Da kommen immer noch welche rein. Jetzt müsste auch meine Quarry funktionieren. Weil nachdem wir immer mehr reinkommen. Auch Netherrack und Sulfur. Funktioniert das hier wunderbar. Okay. Wir haben schon der 1130. So, den Netherrack bringe ich weg. Jetzt schmeiß ich mal hier rein. Und jetzt gehe ich zu. Habe ich eigentlich irgendwas verpasst? Okay, nein. Dann gehe ich jetzt hoch. Und schneide meine Nehmenwelt. Hier. Und helfe Kara dabei, den Tempel, den es hier gibt, abzubauen. Und nein, es ist überhaupt nicht schade, um diesen Tempel. Ich glaube, der hat auch noch 5.000水arten. Es gibt hier nur sicher halt noch 500.000 davon. Hoppala. Das müsste ich eigentlich... Vielleicht irgendwo im Wasser rauskomme. Ich sehe leider nichts. Es ist gerade so. Warum mache ich eigentlich nicht Licht an? Ich hätte in den Cage mitnehmen können, ich Idiot. Ich bin halt ein bisschen verpeilt. Huch! Es kann sein, dass da jetzt irgendwann Wasser reinkommt. Ja genau, das meine ich. Lass mich mal hier durch. Sehe ich die da irgendwo auf der Map? Ne. Ich habe aber noch nicht so viel aufgedeckt. Wobei ich auch gerade einige Etagen unter unserem normalen Ebene bin. So. Ich habe jetzt eine Quarry im Nether stehen, der uns Netherrack automatisch in meine Höhle schickt. Dort wird automatisch gebrannt und in Bricks verwandelt. in Bricks verwandelt. So. 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 zwei Jahre sein. Wahnsinn. Ich muss sagen, es macht doch so enorm viel Spaß. Hätte ich auch nie gedacht. Aha. Das ist meine Tasche. Ne, meine Tasche ist noch nicht voll. Ich brauche aber wieder Essen. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man so viel craftet. Äh, zu viel abbaut. Man hat ständig Hunger. So. Ich mache jetzt meine Tasche noch fertig voll und dann gehe ich wieder rüber. Und schau, wie voll der Cage wird. So. Wow. Das hat jetzt richtig viel gebracht. Wir müssen auch noch irgendwas im Nähtab bauen, an sich. Da kann man auch noch nichts stehen. Oh, man hat so viel zu tun. Das ist ja jetzt wahrscheinlich erstmal zu, dass ich mein... mein Herr Junger mal soweit fertig kriege. Das ist auch so ein riesen Ding wieder. Da war Krokutsu irgendwie ein Scheiß dagegen. Und dann jetzt dieses Dorf noch. Das werden wir allerdings nicht so oft jetzt sehen in den Folgen, tatsächlich. weil das wir tatsächlich zusammenbauen wollen, also wenn wir beide gleichzeitig online sind. Auch ein bisschen, damit ich noch etwas von ihr lerne, weil sie den deutlich geileren Baustil hat als ich. Das werdet ihr auch noch sehen, wenn ich meine Special-Folge mache, wo wir zu... Ui. Ähm... Ach nee, ich hab den... Darf dich mal bitte? Dankeschön. Dankeschön. Wenn ich zu ihr gehe und ihr Dorf vorstelle... Jawoll. Die Welt ist so krass. Ähm... Genau, wenn ich zu ihr gehe und ihr Dorf vorstelle... Da war ich schon. Dann könnt ihr sehen, was ich meine damit. So. So. Jawoll. So, meine 64 sind voll. Wo ist das Buch? Da. Da. Wie ist das Buch? Sehr gut. Ich weiß nicht, hüpfte hier nirgends wo rum. Ups. Zack. Und wieder zurück. Ich trinke nochmal was. Jetzt kann ich runtergehen zu meinem Cage und den erstmal auffüllen. Hm? 3.182 sind doch gar nicht so schlecht, oder? Wie sieht's hier aus? Ach, scheiße. Deswegen ist der Netherrack durch. Ähm. Das gehört weg. Ah, sonst kommt hier der Netherrack durch. Ja, hier ist auch noch ein bisschen Quatsch. So. Ja, jetzt hat der wieder was zu tun. Das kann rausgehen. 3.000. Jo. Ich glaub, für den zweiten Turm wird's reichen. Warum krieg ich denn keine neuen? Reicht meine Energie schon wieder nicht. Das kann ja echt gut sein. dass ich keine... ...keine Energie mehr hab. Das darf ja einfach meine Energieversorgung, die ich bisher hab, noch nicht so gut ist. Gut. Da ist alles draußen. Dann nehm ich den mal wieder mit. Warte. Den nehm ich noch weg. Warum hab ich eigentlich die Schere noch offen? Wann hab ich denn die Schere gebraucht? Weiß keiner. So. Okay. Genau, ich wollte die noch mitnehmen. Und zurück zum Westland. So, wo steht denn unser Da? Da steht er. Das ist unser kleines Türmchen. So, ich würd die erste Kugel zwischen den Turmen logischerweise unten im anderen Turm hängen. Den wir hier bauen. Zack. 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 Ähm, drei hatte ich, zwei, drei, jawohl, so, den sollte ich vielleicht rausstellen. Ist nicht so gut, wenn der drinnen steht. Ähm, mit was verbinden wir denn die Kugeln mit dem Turm? Darüber habe ich mir natürlich auch noch keine Gedanken gemacht. Entschuldigung, ich vergesse es immer, dass ich gerade aufnehme. Ich will aber auch nicht alle 30 Sekunden die Nase putzen. Ich lasse den mal hier. Huiiii! Ich habe auch schon überlegt, aber diese, ob wir einfach nur Gitter nehmen. Ah, ich finde dieses Gitter halt hässlich. Und ich habe halt von Gartenstuffs... Und ich habe halt von Gartenstuffs... Ja... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017